Hi Ho und Willkommen zu meinem Mittwochs Video. Ja, es ist der, wartet mal ganz kurz, ich will nichts Falsches sagen. Ja, vorletzter Tag vor Neujahr. Weil jetzt haben wir noch der 31. und dann ist schon das Jahr vorbei. Und egal was jeder denkt, aber nächstes Jahr kann nur besser werden. Dieses Jahr war ja wirklich sehr durchwachsen. Ja, und jetzt kann es nur besser werden, wenn man sagt, immer nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch. Klingt irgendwie versaut. Ich muss es anders formulieren. Nach jedem Regentag kommt auch irgendwann wieder die Sonne raus. Gut, bleiben wir dabei. Das habe ich nicht gesagt, das war jetzt das. Okay, nehmen wir das. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein gutes neues Jahr. Und dass ihr auf jeden Fall ein schönes Silvester habt. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.